Ich muss kurz noch ne Minute warten und mir so ein paar Tände. Dann kann ich kurz in den Penner gehen und ihm das Eis geben. Die Suppen... die Suppen auszahlen. Ich muss gleich Suppe verteilen, tut mir leid. Oh man. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, ne? Dann fress ich aber im Wesenspiel. Mit Aufnahmegeweis. Das darf echt nicht wahr sein, ne? Das darf echt nicht wahr sein, ne? Oh man macht das da Yu ja 2-Hit. Ich hab den Werfer geschafft, ich bin glücklich. Doch Justin, halt doch, dann wollen wir das so 2-Hit. Weil Justin schildern erstmal, ne? Nein! Stadion zurück! Zwei Kaffeeeen! Nein, ich mach das, was ich hier in der Stadt machen muss noch. Was denn? Zu dem Haus gehen, wo eingebrochen wurde und danach ein Pokémon-Strecht zu den Jungen bringen. Oh nee... Ich bin gerne reden, aber... Sauber... Es macht X-Defend. Jetzt Thunder Wave! Sauber! Paralysier! Oh Gott, mein Part ist kurz endet. Oh Gott! Das könnte jetzt hier was werden. Nein! Und er macht Water Gun! Das ist seinen... Freaking Ernst! So Leute! Ich muss den jetzt irgendwie mit Emma killen, tut mir leid. Er macht... Er kriegt's einfach, einen Water Gun zu machen! Digga, du bist paralysiert, du Fickfrosch, alter! Ja, bei Water Gun, also bei Aqua-Klarer musst du dich nicht bewegen. Ja, chill jetzt! Das Vieh ist gleich down! Wenn jetzt alles gut läuft. Justin! Mach mich stolz! Ich bin noch schnell fertig damit, also weg damit! Quick Attack! Oh, es hat einen Millimeter! Sauber paralysiert und... Leute! Ich hab den zweiten Ohren vor Philipp! Nice! Erstmal weiterspielen, ohne für ein Budget zu sagen, dass man dann sagen kann! Wir sind ja immer noch in der Stadt! Nee! Mit Hassan! In dieses eingebrochene Haus kann man jetzt noch was machen? Ja, davor steht ein Polizist auch! Okay! Dahinter siehst du ja Team Rocket Mitglied auch! Ja, das kann man erst nach der Arena machen, ne? Ja! Was bringt TM11? TM11 ist, glaub ich, Jakarta oder Austral! Ja, das war ein New Game! Ja, das war ein New Game! Philipp! Ja, ich hab's geschafft! Mal! Ich mach jetzt auch noch das da, was Justin macht, ne? Also, Justin Levitt schon vor, oder was? Nee, Indy ist Haus da! Ja, ich bring ihm nur einen Pokémon zur Pension! Ja, nicht weiterlaufen, ne? Ja, ich mach nur die Sachen in der Nacht statt, ne? Ja! Ja, die Pension ist in der Stadt! Ist sie gar nicht, du Achse! Die ist ganz weit unten! So, darf das jetzt auch hier machen, ne? Ist kein Problem, ne? Müsst du einfach nur reingehen? Mhm! Ja, und dann draußen kannst du ja rausgehen dann! Okay! Was? Die haben gedickt? Mit ihrem Big Dick oder was? Boah, der ist irgendwie innocent, sagt er! Was ist eigentlich nur ein Standard? Mit dem Tee oder was? Oh, der wird seine Peitsche, Mann! Die sind so groß! Seid ihr eigentlich erfunden, ey! Über das Aussehen gemacht, ey! Peitsche! Doch, wie Peitsche! Doch, wie Peitsche! Doch, wie Peitsche! Aber was soll ich jetzt machen, solange... ...schönen Pokémons heilen! Chillen Pokémons heilen! Chillen Pokémons heilen! Ja! Abgestanden! Ich hab oben noch einen Gegner, den ich besiehen kann. Muss man Mewitz bisschen gleich leveln, ne? Das könnte ich das auch wirklich machen. Das macht mir so die Idee. Mein Pikachu ist schon wieder down, ne? Mit Level 19. Gehnst du nicht. Lernsthaft? Ja. Wenn du gegen Sterni kämpfen musst. Mein Tipp, wechsel sofort zu... Also setz sofort... Und ähm... Hab ich doch. Gegen Sterni, oder wie das heißt. Das zweite. Dummy. Digga, Alter, ich verkacke schon wieder, ne? Das darf echt nicht wahr, sondern der 4 hat so low HP, ne? Das kann man auch mal bei der Pokémon Pension machen. Guck mal aufgeben. Guck mal aufgeben. Das wird trainiert. Wie ist das da abgegeben? Äh, ich hab meinen kleinen Schneider weggelegt. Einfach mal. Ja. Kann sich hier nicht Abra verwandeln? Doch. Zu? Abra Misamo. Kadabra. So. Weil der Stark, ne? Ne. Simsala Stark. Ah, Simsala kann man nicht machen, ne? Ne. Warum nicht? Wenn man das tauschen muss. So. So Leute, ich mach das ja... Äh. Coole Twix, aber ich hab's besiegt. Gott sei Dank. Finn learns kann Form. Im EU ist Level 13. Boah. Voll im Level, ey. Ich hab's im EU besiegt, ey. Boah. Jetzt Schaufler. So. Hallo Leute, ich hier ist... Alter. Nein. Was war das denn, ey? Das macht die Scheiße aus. Ich hab nichts angemacht, von daher. Nein. So. Hallo Philipp. Hier saucht sich das aus. Hast du es geschafft? Ja. So gesagt, ich hab den EU besiegt. Bad. Flucht. Dann lass mal jetzt noch... antu es in Levin sind etwas labern oder so. Ja, noch etwas wнять in denn muß? Wondern ich hab in der Aufnahme noch mal wie. Weiß du scheiß total. Ten-Man hat so. Ja Ten-Man. Jetzt passt ja. Just grad bei Siegen. Da waren wir bei vier. die 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 den 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 die 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 ist wenn er low level ist so am üblich dupd die die am an die an der der Hecke ja Phil, Phil? dann die Aufnahme Session, ist es vorbei? Ja Ich hab mir gesagt, ich esse ein Shijo Machen wir morgen wieder weiter von dem Morgen geht er auch nicht Da helfe ich einen Kumpel Ja, war mit Rochkwadorsuchten Ja Aber für die Leute ist das eh scheißegal weil wir ja vorproduzieren so, ne? Wo ich morgens von 16 bis 19 Uhr Sturmfrei hab Das ist so schade, ey Aber ich muss ihm helfen Das schaffen die mit drei Leuten nicht Ja, passt ja Welcher Art ist Mew? Hat keiner Hat keiner Mew können alle attacken Also impotent Ja Später wird aber Später wechseln so ein Schwimmel, ey War so richtig ekliger Boah, Phil Kno Boah, Phil Kno Kopf Kino Gibt natürlich Nose eingesetzt Nee Justin, nimmst du noch auf? Nee, nicht Ich mach jetzt weg die Aufnahme aus Okay Vielleicht ist ein Pokemon Center Bremmer und Gegner geclatscht Ja, Phil, dann lassen wir noch beide in der Aufnahme, ne? Mal noch so lange, bis du irgendwie 10 Minuten hast oder so So lange level ich halt Also gehen wir nicht weiter Zehn wir trainern da Nee Nee Gucken wir mal hier Ihr seid zum links schon gegangen, ne? Zum Na sag schon Zur Pension Da Jetzt nah hin Ich war doch noch nicht Also ich weiß grad nicht wo Nach rechts An dem Rocketmitglied vorbei Mole- under dipht Und dann die runter Éitable So Gehen zu bruk Okay, ich hab aber Lass mal abgehend, ne? Ne Fif Boah, da kann man etwas tschul besser leveln, oder? Ja Ich glaube Und jetzt müssen wir auch Sie Warte mal Leute Ich geh mal nochmal, ich geh tausend Runden ums Pokéset und überlege, soll ich da jetzt reingehen oder nicht? Ich geh jetzt auch noch mal was trainieren Hier brauchen wir jetzt den Schneider, achja Also komm mal auf der SS-Ander Auf der SS-Ander? Auf der SS-Hitler Achso Achja, von dem, dem, dem Koch oder so, dem Fahrer, ne? Tim Von wem? Von Tim? Ja A.K.A. MC Expert? Ja Oh, Mauzi Nach rechts rennen dann, ne? Oh, da brauchen wir noch einen Zerschneider Runter Das ist der gleiche Fail wie du Hä, nach rechts rennen? Auf geht's! Oh, lol Das muss eigentlich auch nicht sein Dachter-Kamera einfach so hin Was kommt hier? Uuuuah! Belsbrood! Level, Level 13 Welches? Äh, hier... Das Pflanzen-Pokémon Oh Hier gibt's eine wilde Taubis-Level- Taubis-Level 16 Ich hab eins Level 11, glaub ich, ich fang eins Level 16 Kein Punkt, das zu trainieren, ey! Ey, hier kannst du gut mit Mew-Leveln, glaub ich Ich hab, äh, ich such gleich mal nach nem Äh, wie man auf nem Simulator Pokémons tauschen kann Ja Damit du dir halt den Sinn besonder machen kannst durch meinen Gengar Weil mich das auch gerade interessiert Ist Gengar dieses komische Geist-Pokémon? Ja Oh, das würde ich auch haben Hallo Uuuuuh Ach, Gengar Ja, muss man dann gucken, wie man das tauscht Oder bei wem oder wie Nein Das wäre mal super Da geht doch nicht mit dem Programm, glaub ich Und wir später... also gleich mal angucken, ne? Test mehr dann, wenn du Gengar hast Weil ich will auch nen Gengar haben Das dauert eh noch ne Weile Bis wir in den Laval sind Ja, echt? Ach so, dann muss man da sein, oder wie? Mh So muss ich Ja, so um unser Nebulak zu fangen Ja, man braucht da Nebulak und Alpador Brauch so ein, man Da kann man ja Alpador sofort fangen Nö Ey, so Auf welchen Level hat sich dein Taubes hier entwickelt? 18 Boah, Taubes hat immer übel lange, äh Gar keinen Bock, das zu trainieren, äh New trainieren Hier, ich muss da auch durch, obwohl ich den immer nur nebenbei drin hatte Oder lass doch schon mal anfangen zur nächsten Stadt zu gehen Dann müssen wir doch nur da runter gehen, oder nicht? Oder lass doch einfach die auch mal spenden, ne? Naja, lass erst lieber danach Weil, guck mal, Just hat jetzt schon seine Aufnahme abgebrochen Nein, ich nehme doch gerade drauf So Ja, aber meine geht gleich über Dann wird der neue Part auch nur 3 Minuten gehen Lass einfach dann morgen machen Wenn das okay ist Hallo? Uua, Mauzi Du heißt irgendwie Mute, oder? Bist irgendwie Mute-Fake, oder? Hehehe Uua, puh dem Gell Äh Ey, Poké war jetzt gefangen für meinen Pokédex, seit 100% Ich level jetzt da Mew, Philipp So, halt schnell So Aber dann so langsam die Aufnahme beenden? Ja, würd ich sagen Ich beende jetzt einmal Also dann... Lass doch gleichzeitig Hottes Mach Benz doch jetzt einfach schnell Nein, ich bin gerade noch mit einem Fight Macht einfach kurz euren Fight zu Ende und sagt einfach, wenn er... Ich hab meinen Fight schon nicht zu Ende Ja, aber zu kurz Ja, chill kurz Ich soll sogar noch mal heilen Dann hab ich jetzt neben... Wocky gestellt Officer Wocky Fight Ich bin fertig Guck mal, was? Sie g somit Guck mal Was? Warte. So, jetzt. Bis zur nächsten Runde Pokémon Grün. Tschüss.